Making a Murderer Star Stephen Avery ist unschuldig, seitdem ich weiß, dass Bobbys Laptop plattgemacht wurde. Stephen Averys Neffe Brad Dessie, Halbbruder von Brandon Dessie, hat behauptet, seine Stiefmutter Barb Tadic habe angeblich Pornografie und verstörende, gewaltverherrlichende Bilder vom Laptop der Vermieter. In einer eidesstaatlichen Erklärung von 2019 behauptete Brad, 37 damals, Barb habe ihm gesagt, sie habe eine Person eingestellt, um den Computer neu zu formatieren. Jetzt hat Brad Dessan online gesagt, dass Stephen unschuldig ist und er glaube, dass seine Stiefmutter Stephen und Brandon für Scott und Bobby geopfert hätte. Wir fuhren hoch, um Brandon zu sehen, als er 2006 in Gewahrsam war. Ich saß mit Barb auf dem Rücksitz eines schwarzen Fahrzeugs, meinte er. Sie fragte, wenn jemand deinen Computer löscht, ist das Zeug dann wirklich weg? Ist es wirklich weg? Und ich sagte, ähm, nein. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Jemand kann eine spezielle Software installieren und all das Zeug zurückholen und sehen, was man gesucht hat. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass etwas endgültig schiefgelaufen ist. Sie sind nicht schuldig. Während der Making-a-Murderer-Serie wurde gezeigt, dass Brad Dessy fest davon überzeugt war, dass sein Bruder schuldig sei, die Fotografin Theresa Halberg mitgetötet zu haben. Aber seitdem hat er einen erstaunlichen Sinneswandel vollzogen und The Mirror die Gründe dafür in einem Interview verraten. Brad erschien am Tag der Verurteilung seines jüngeren Bruders im Jahr 2007 im US-Fernsehen vor dem Manitoba County Circuit Court, nachdem er vor dem Richter um Nachsicht gebeten hatte. Damals sagte er einem Reporter, dass er der Verurteilung des 16-jährigen Brandon durch den Richter bis zu einem gewissen Grad zustimme und darauf bestand, dass er dachte, Stephen Avery habe ihn gezwungen und der Schuljunge habe den ganzen Prozess nicht verstanden. Doch jetzt, mehr als zehn Jahre nach dem tragischen Tod der Theresa an Halloween 2005, sagt Brad, habe sich geirrt und die Netflix-Dokumentation zeige ein Ausmaß an Korruption, von dem damals niemand wusste. Brad erzählt weiter. Ob ich sie damals für schuldig hielt oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, wie ich mich heute fühle und sollte auch nicht andere beeinflussen. Ich hatte eindeutig nicht alle Fakten. Ich war mir der kranken und beunruhigenden Korruption, die vor sich ging, eindeutig nicht bewusst. Das schaut heute ganz anders aus. Ich erlebte selber Korruption in Wisconsin. Es war eine Zeit, in der ich keinen Kommentar hätte abgeben sollen, denn nachdem ich aus diesem Gerichtssaal herausgekommen war, hatte ich ungefähr 50 Kameras vor meinem Gesicht, die mich zum Reden drängten. Ich war eindeutig nicht vorbereitet. Im Alltag eines Menschen, wenn er so etwas nicht gewohnt ist, weiß er offensichtlich nicht, wie er reagieren soll. Man konnte es mir am Gesicht ansehen. Jetzt, nachdem er jede Folge an dem Tag, an dem sie veröffentlicht wurde, angeschaut hat, meinte Brad, dass Making a Murderer seine Meinung völlig verändert hätte. In diesem Filmmaterial berichtet der Vater auch, dass er Opfer von Online-Trollen geworden ist, die ihn kritisiert haben, weil er ursprünglich glaubte, sein Bruder sei schuldig. Und er fügt hinzu, dass der Vorteil der Rückschau ihm Zeit gegeben hat, seinen ursprünglichen Glauben zu reflektieren und neu zu bewerten. Er fügt da hinzu, wir müssen auch verstehen, dass damals die Emotionen überkochten. Auf Anhieb war alles extrem chaotisch und unsere Köpfe waren zu diesem Zeitpunkt nicht an der richtigen Stelle. Wir wussten nichts genau, was wir denken sollten und ehrlich gesagt denke ich, dass für dieses Chaos die Polizei schuldig war. Niemand wusste damals eindeutig von der ganzen Korruption. Es hat zehn Jahre gedauert, an dieser neuen Netflix-Serie zu arbeiten und ehrlich gesagt bin ich froh, dass sie veröffentlicht wurde. Tausende von Unterstützern sehen, was mit meinem Bruder passiert ist und sind wütend über die Ungerechtigkeit und das ist an diesem Punkt eindeutig alles, was in Zukunft zählt. Barb bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat laut The Sun eine einstweilige Verfügung gegen Brad erlassen. Ich war live bei Facebook dabei, als er die Klage von Barb hochgeladen hat, damit all seine Freunde sehen können, wie alleine er gegen diese Familie ankämpfe. Dass er sich nicht mehr den Mund verbieten lassen wird und dass er nun mit dieser Familie komplett abgeschlossen hätte. Barb hat übrigens verloren und Brad darf weiterhin seine Meinung und die Wahrheit veröffentlichen. In diversen Facebook-Supporter-Gruppen wurde bereits spekuliert, dass das gespendete Geld für Brandon und Steven nicht bei beiden ankomme. Dies löste einen ungeheuren großen Streit zwischen Brad und Barb sowie ihren Kindern aus, sodass mittlerweile allen Supportern ans Herz gelegt wurde, dass sie doch bitte über die Homepage deren Anwälte Spenden tätigen sollten, damit das Geld auch bei Brandon und Steven ankomme. Die Anschuldigungen sind bedeutsam, da Steven Averys Anwältin Kathleen Sellner 2021 eine bahnbrechende Enthüllung machte, die Stevens Neffen Bobby an den Tatort bringt. Ein neuer Gerichtsakt vom 13. April besagt, dass sich ein Lieferfahrer gemeldet hätte und aussagte, er habe Bobby mit einem nicht identifizierten, bärtigen Mann in den 50ern oder 60ern gesehen, der in den frühen Morgenstunden des 5. November 2005 einen Wagen, vergleichbar mit dem von Teresa, auf das Gründstück von Avery schob. Am 14. April twitterte Sellner An alle Unterstützer von Steven Avery, vielen Dank für all die Tipps zu den Komplizen. Wir werden ihn bald finden. Brandon Dessys Geständnis ist eines der größten Gesprächsthemen aus Making a Murderer. Trotz der Tatsache, dass insgesamt sechs Richter zuvor entschieden hatten, dass es sich um Nötigung handelte, bleibt er immer noch hinter Gittern und bekommt keine neue Verhandlung. Verurteilung ohne DNA-Beweise basierte sein Prozess auf den Worten, die aus seinen Verhören stammen. Viele glauben, dass er gezwungen wurde, eine Beteiligung am Mord an Teresa Halberg zu gestehen, während andere das Geständnis als wahr verteidigt haben. Es gibt einen Irrglauben, dass unschuldige Menschen nicht dazu neigen zu gestehen und daher ein Geständnis nicht widerrufen müssen, erklärte Sprachexpertin Dawn gegenüber Digital Spy. Dennoch haben viele hochkarätige Fälle und viele Forschungsstudien gezeigt, dass unschuldige Menschen ein Verbrechen gestehen, das sie nicht begangen haben. Das war's fürs Erste. Danke fürs Zuhören. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn mich neue Informationen erreichen. Eine Frage bekomme ich oft gestellt und zwar, ob Steven nicht sauer auf Brandon sei. Und ich habe ein Video hochgeladen. In diesem Video geht es um ein Telefonat von Steven. Und dort hat er nochmal bestätigt, dass er nicht sauer auf Brandon ist, denn er war noch ein Kind. Das Einzige, was ihm nur leid tut, ist, dass er sein Leben komplett weggeworfen hat und dass sein Schicksal so hart sei. Ich freue mich über ein Abo oder Kommentar oder beides. Auf bald!